Mein Name ist Anja Waldhardt. Ich komme aus Stuttgart und bin jetzt seit 2012 im Unternehmen. Ich bin hier als duale Studentin im Maschinenbau eingestiegen und arbeite jetzt im Engineering in einer Abteilung, die sich übergeordnet über Prozesse und Prozessoptimierungen kümmert. Prinzipiell denke ich, dass die Digitalisierung wirklich jeden Bereich im Unternehmen berührt. Das heißt, wir gucken uns dann die Digitalisierung interner Prozesse an und gucken, was wir da machen können, um den Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern, die Programme zu verbessern und so weiter. Ich bin Global Key-Userin, das heißt, ich betreue SAP weltweit und alle großen Standorte haben SAP und auch dort supporte ich, dort unterstütze ich die Mitarbeiter bei Fragen und tausche mich mit den lokalen Key-Usern dann entsprechend aus. Ich studiere berufsbegleitend nach technisches Management und berufsbegleitend deshalb, weil mir die Arbeit auch Spaß macht, und ich das eben auch nicht mehr missen wollte. Das berufsbegleitende Studium ist, so wie ich das handhabe, vor allem Selbststudium zu Hause. Ich finde es aber super, das passt zu mir und das Studium lässt sich sehr flexibel gestalten, genauso wie auch die Arbeitszeit bei Dürr und deswegen harmoniert es ganz gut und ist auch nicht so stressig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Die Arbeitsatmosphäre bei Dürr finde ich extrem angenehm und alle sind wirklich freundlich im Umgang und auch als junge Mitarbeiterin habe ich natürlich öfters noch Fragen und da ist immer jeder bereit, mir zu helfen und die Antworten zu geben. Dürr in drei Worten ist für mich Kollegialität, Vielfältigkeit und Zukunftsorientierung. Orientierung eastern von extrem treft vor einem t test Vielen Dank.